hallo hier ist naruto 286 herzlich willkommen zu erstens gut ollie seh part 222 und jetzt machen wir da weiter wo wir aufgehört haben und danke auch für die ganzen kommentare und alles herzlichen dank dafür und jetzt gibt es auch alle wo wir aufgehört haben und ja machen wir mal gucken mache hier etwas durch kreuz und quer hier mit okay so So, meine Augen weiter. So, das war das. So. Bis jetzt hier, ja? Gut, machen wir jetzt das hier und nach dem kreidlichen Stier. So. Ah ja, schön. Warte. Oh Mann. Äh, da drauf gibt's auch eine Falle, aber warte mal. Aha. So. 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 遠o. So. Komm Leute. Seitz ernst. Nimm die Lippım existe verordruncht? axt jetzt natürlich geschaffen haben hier nur eine einzige markierung drin haben nicht die ich nämlich die hier so du machst du hast mit langsam dann hoch mit die alex aus meinem freund kommt auch so ein trieger kult heini ich mache so was man natürlich dafür noch hier noch bekommen las geht's mal gucken ich versuche da schön mit meinem pferd zu reiten aufsitzen los geht's da wollen wir jetzt den kleinen schnacken gehen da kommt der schlankische stier wie lange geht es rund mal gucken wie geht den schlank in den stier also schau die post so hier dann auch noch wo der schlank 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 perfekt adlersprung weiter geht's zum nächsten mal gucken wir mal gucken wenn wir als nächstes töten dürfen vom kult ach komm so ja das ist eine normale straße gleich mit dem pferd rösen und schlank ach schlank so ja okay ich würde schon mal kurz meine fähigkeit um wechseln wieder fähigkeit ist gut aber ich wechsel trotzdem mal um das 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 ist das so bin ich jetzt gerade wenn ich auf ok das kannst du dir verstehen alter auf das frontchen auf so und ja 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 ich glaube was willst du kommen was willst du willst du aufmucken na gut und aufmucken willst du dann hier tschau 36 tja wer aufmucken will hat verloren bei mir oh penner tja freundchen mhm mhm r lip tja und r mal v der kultus hin dorthin Ja du hast am lieb Jetzt hau endlich ab von mir du Mistvieh So jetzt reißt sie mich hier langsam Okay Hör auf dich an mich anzunehmen du Mistvieh Ja Sehr gut kann ich so ein bisschen was sammeln also das ist gut Ruf ich mein Pferd wieder Und los geht's Dann weiter geht's Haben wir vorhin noch ein paar Tiere erlegt Das war gut aber man muss da noch ein bisschen was zusammen bekommen Na für den was was da ist Ich muss vorsichtig sein Ah ok Ja ja ich mich auch gerade Ciao ciao Penner Hm 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 Genau Ein bisschen Material mitsammeln hier Hm Hm Dann schauen wir mal was wir von allen hier haben gerade Okay Hm 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 Okay war trotzdem noch genügend dafür Wow Alter Vater Wie viele Mission gibt's hier in dem Oh Alter wie viel gibt's denn denn wir noch wie viele sohn gibt es denn hier verdammte ach so hoch du kriegst mich mit so einer wie viele missionen noch weiter jetzt laufe fettchen lauf galopp oder im galopp das ganze ja komm mal du kannst du ernsthaft wirklich und sperren so kleben muss ja jetzt mein liebes pferd los geht ab wie die post alexios so mein freund dunia ja dann können ja jetzt kommt steckt in der Okay, das ist da hinten irgendwo drin. Gerne, wenn er so haben will, bin ich schon dran. Wenn man sich hier reinschneiden und auch aufpassen. Aha, wo läuft denn der? Wo läuft der? Gut, dann werden wir hier den Partysieren zum nächsten Partysieren. Also bis gleich.